In Clermore fahren wir am Will Rogers Memorial vorbei. Dieser Mann hat mir nie viel bedeutet. Ich halte ihn für einen großen Blender. Wem nie ein Mensch begegnet ist, den er nicht leiden konnte, hat sich einfach nicht genügend angestrengt. Ich kurbele das Fenster ganz herunter und lasse den Arm im Fahrtwind baumeln. Der Wind möchte meine Hand zurückdringen, aber ich strecke sie durch und stemme mich einen Moment lang kräftig gegen die Strömung. Danach bewege ich sie auf und ab. In dieser Geste steckt eine eigenartige Freiheit. Sie hat was Kindliches, aber es tut gut, albern zu sein. In dieser Lebensphase gibt es so wenig Albernheit, obwohl man sie genau jetzt am dringendsten bräuchte. Ich mache eine hohle Hand und schwimme weiter durch den Wind und zu meiner Überraschung taucht bald darauf Wasser neben der Straße auf. Ein lang gestreckter Teich, umgeben von Schilfrohr und mit einem riesigen blauen Wal in seiner Mitte. Er strahlt hell wie der Himmel und lacht mit offenem Maul, während kreischende Kinder von seinem Betonrücken ins Wasser springen. Ich strecke den Arm aus und schwimme plötzlich mit den Walen. Manchmal, wenn man es am wenigsten erwartet, wird dein Leben zu einer National Geographic-Sonderausgabe. Vor Tal Saar lotse ich John auf die Umgehungsstraße. Weiter hinten, bei Sepalpa, stoßen wir dann wieder auf die Sixty-Six. Plötzlich überfällt mich starkes Unwohlsein. Ich möchte eine kleine blaue Pille nehmen, aber nicht, bevor wir angehalten haben. John, sage ich und bemühe mich, mir meine Erschöpfung nicht anmerken zu lassen. Ich bin müde. Wir sollten vielleicht etwas finden, wo wir übernachten können. Wie spät haben wir? Die Uhr im Wohnmobil ist seit Jahren kaputt. Meine Uhr sagt, dass es erst fünf Minuten nach drei ist, aber ich möchte mich auf kein Gespräch darüber einlassen, dass wir noch nicht lange genug gefahren sind. Es ist nach fünf, lüge ich meinen Ehemann an. Lass uns nach einem geeigneten Platz Ausschau halten. Ich krame in meiner Tasche nach den kleinen blauen Pillen und versuche eine in zwei zu brechen, was mir aber nicht gelingt. Und so nehme ich gegen mein besseres Wissen das ganze Ding und spüle es mit Faygo Root Beer hinunter. Nach etwa zehn Minuten fühle ich mich ein wenig besser, werde aber dösig. Vor uns taucht eine Werbetafel für eine Tankstelle in einer Stadt namens Chandler auf. Ich erinnere mich dunkel, dass dieser Ort in den Reiseführern empfohlen wurde. Und kaum haben wir die Stadt erreicht, sehe ich auch schon das Schild für das Lincoln Motel. »Bieg hier ab, John. Heute Nacht möchte ich in einem richtigen Bett schlafen.« Es freut mich, festzustellen, dass John meiner Weisung nachkommt. Wir biegen ein und parken vor dem Büro. Obwohl ich so kaputt bin, muss ich sagen, dass wir es hier mit einem Schätzchen von einer Unterkunft zu tun haben, einem altmodischen Motel aus den 30er Jahren. Und zum Glück ist auch noch was frei. Als wir hinten entlang fahren, um vor unserem Häuschen zu parken, fällt mir was auf. Sieh nur, John, all die alten Autos. »Na sowas«, meint er und stößt einen leisen Pfiff aus. Ich zeige dabei speziell auf ein bauchiges, grau-grünes Auto mit einer runden Schnauze. »Da steht ein 1950er Studebaker, John. Erinnerst du dich? So einen hatten wir in den ersten paar Jahren unserer Ehe. Du hast mir in diesem Wagen das Fahren beigebracht.« »Das gibt's ja nicht«, sagt er. »Das war ein gutes Auto.« »Meine Güte, hast du mich an diesem Tag angeschrien. Ich war so sauer auf dich.« John schüttelt den Kopf. »Du warst eine grauenhafte Fahrerin.« Ich möchte ihm sagen, dass er sich seinen Kommentar sonst wohin stecken soll, aber Tatsache ist, er hat recht. Ich war eine grauenhafte Fahrerin. Ich habe nie den richtigen Dreh gefunden. Hatte immer Angst, zu schnell zu werden. Ich hasste Autobahnen und Linksabbieger und paralleles Einparken. Doch ohne Auto kommt man in Detroit nicht weit. Aber sobald die Kinder alt genug waren, ließ ich mich von ihnen überall hinfahren. »Da steht ein alter Imperial. Oh, ein tolles Schätzchen«, begeistert sich John mit Blick auf ein protziges Gefährt mit gewaltigen Heckflossen und Rücklichtern in Fassungen, die an Zielfernrohre erinnern. Ja, es lässt sich nicht leugnen. Wir kommen aus einer Autostadt. Wir parken neben einem glänzend roten Ford Pinto, auf dessen Autokennzeichen »I blow up« steht. Unsere Hütte ist klein, aber sauber und bequem, und ich möchte mich ohnehin nur hinlegen, muss mich aber darum kümmern, dass auch John zur Ruhe kommt. »Lass uns ein kleines Nickerchen machen, John. Unsere Sachen holen wir später rein.« »Ich bin nicht müde.« »Tja, ich aber.« Ich schalte den Fernseher ein, um ihn abzulenken. Wir sehen uns eine Wiederholung von Mesh an, und John lässt sich sofort hineinziehen. Ich könnte schwören, dass er jede Folge bereits hundertmal gesehen hat. Genießen kann er sie vermutlich deshalb, weil sie vertraut, aber zugleich auch neu sind. Ich schließe die Tür ab und lege mich dann völlig erschöpft in das viel zu weiche Bett. Als ich aufwache, ist John weg. Es ist erst 17.25 Uhr, also habe ich nicht lange geschlafen. Ich bete, dass er nicht irgendwo hingewandert ist. Ich schwinge die Beine seitlich übers Bett und stemme mich auf meinen Stock und den Nachttisch gestützt hoch. Als ich dann irgendwie aufrecht stehe, fühle ich mich gleich besser, als würde ich meinem Körper Elan vorgaukeln. Ich öffne die Tür unserer Hütte und sehe mit Erleichterung, dass John auf einem Gartenstuhl sitzt und einfach vor sich hin starrt. Auf einem kleinen Tisch neben ihm steht unser Diaprojektor. John? Ich habe den Projektor aufgebaut. Das hast du gut gemacht, aber noch ist es zu hell, um Dias anzuschauen. Das sehe ich auch, Ella. Wenn nötig, kann er immer noch sarkastisch sein. Na gut, das Laken hängen wir ein wenig später auf. Lass uns jetzt ein paar Sandwiches herrichten. Ich habe Schinken und Fleischwurst. Was möchtest du? Fleischwurst. Warum, frage ich überhaupt. 35 Jahre lang habe ich ihm jeden Tag sein Fleischwurst-Sandwich für die Arbeit belegt. Fleischwurst mit einer Scheibe Schmelzkäse und darauf Senf. Gerade und nicht diagonal geschnitten. Die könnte ich im Schlaf zubereiten. Wir gehen zum Wohnwagen. Ich richte uns Sandwiches, Kartoffelchips und Rootbeer her. Das Unwohlsein hat nachgelassen und so beschließe ich, mir einen Old Fashioned zu mixen. Ich hole den Whisky hervor, finde im Schrank ein paar staubtrockene Zuckerwürfel und lege los. Gekrönt wird die Mixtur von einer aufgespießten Orangenscheibe und einer Kirsche. Erst die macht den Old Fashioned perfekt. John bekommt einfach nur ein Glas Limo. Jetzt, da die Sonne untergeht, trübt sich sein Verstand ein wenig. Sind wir hier zu Hause? fragt er, als wir in unseren Gartenstühlen vor unserer Tür Platz nehmen. Nein, Schatz, wir sind in den Ferien. Ich weiß, dass ihm diese Reise viel abverlangt. Die einzigen Dinge, die ihn mit der Welt verbinden, sind unser Haus und ich. Und jetzt habe ich ihm unser Haus weggenommen. Aber keiner, nicht unsere Ärzte, nicht unsere Kinder, kann mich davon überzeugen, dass diese Reise kein guter Plan ist. Teufel nochmal, es ist der einzige Plan, der uns noch geblieben ist. Что ist, ist der einzige Plan? Vielen Dank.